Im letzten Monat ist was Verrücktes auf LinkedIn passiert und zwar haben meine fachlichen Posts zum ersten Mal seit über drei Jahren mehr Reichweite bekommen als meine persönlichen Posts. Und das bedeutet, LinkedIn hat den Algorithmus angepasst und ich wollte selbst nicht dran glauben, weil sie hatten dieses Update vor über sechs Monaten angekündigt und seitdem war nichts mehr passiert. Aber im letzten Monat ist es Realität geworden und das bietet natürlich eine unglaublich große Chance, wenn man jetzt weiß, welche Formate LinkedIn bevorzugt und dies kann dazu führen, dass du gerade im nächsten Jahr mit extrem viel Reichweite starten kannst. Was du jetzt unbedingt über dieses Update wissen musst, erfährst du in der heutigen Folge. Ich versuche gerade das erste Video mit über 100 Likes zu knacken und dabei brauche ich genau deine Hilfe. Wenn also noch nicht geschehen, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du dem Video ein Like da lässt, um den YouTube Algorithmus ein bisschen anzukurbeln. Es ist kein Geheimnis mehr, dass LinkedIn jetzt fachliche Inhalte bevorzugt und das ist auch der Grund, warum ich dieses neue Dokument zusammengestellt habe mit sieben LinkedIn Expert Formaten für 2024. Wenn du dieses Dokument haben willst, komplett kostenfrei, kommentiere gerne Expert Formate kurz in die Kommentare und dann schenke ich dir den Link dazu zu. Wir gehen jetzt einmal gemeinsam durch, weil aus meiner Sicht, dass die besten Formate sind, um deine fachliche Expertise auf LinkedIn zu zeigen und vor allem auch Reichweite mit deinem Content zu bekommen. Und vorweggeschickt ist es so, dass du bestenfalls alle Formate über die nächsten zwei, drei Monate für dich testest und guckst, was für Content für dich gut funktioniert, welche Formate gut für dich funktionieren. Und vor allem auch guckst, welche Formate davon viel Reichweite bekommen und dann am Ende den perfekten Mix machst. Und wir starten mal ganz vorne und zwar das erste Format und das, was du vielleicht auch schon aus unserer Welt ein Stück weit kennst, ist das Format Expert Story Content. Das bedeutet, bei Expert Story Content erzählen wir eine fachliche Erkenntnis als Story. In der Story erklären wir, wie wir auf diese Erkenntnis aufmerksam geworden sind und erzählen, was das Ergebnis der Umsetzung war. Das Beste daran ist, dass man es wirklich mit einem persönlichen Bild kombinieren kann und das ist auch genau der Content, den du bei mir siehst. Ich habe dir hier ein immer primäres Beispiel mitgebracht, um dir einfach zu zeigen, wie dieses Format funktioniert und du siehst, das ist noch relativ frisch hier und hat hier 8000 Ansichten. Das wäre, wie gesagt, vor drei, vier Monaten unmöglich gewesen, diese Reichweite damit zu erzielen. Über 111 Likes und ist halt ein klassischer Expert Story Post. Das Coole ist, dass ich dir fünf weitere hier mit reingepackt habe, die am Ende genau nach der gleichen Formel sozusagen funktionieren und das ist auch heute mein führendes Expert Format, was ich einfach nutze. Was ich aber beobachtet habe, dass wir immer Kunden haben, die auch keine Lust haben auf persönliche Bilder bzw. auch gerne einen Mix haben am Ende, der auch ohne persönliche Bilder funktioniert. Und ich zeige dir mal ein paar Beispiele und ich glaube, das ist auch am Ende spannend zu sehen. Hier ist ein super gutes Beispiel. Ein Monat ist das her und hat auch 111, oh, das ist ja ein perfektes Beispiel, hat auch 111 Likes und du siehst hier wirklich, es hat 3000 weniger Ansichten. Die Parameter sind fast gleich, aus meiner Sicht auch ein extrem guter Post in dem Fall, aber über 3000 Ansichten weniger und das war noch vor einem Monat. Das bedeutet wirklich, in den letzten zwei bis drei Wochen haben sie das erst ausgerollt. Das bedeutet, erstes Format und das ist das Format, was du wahrscheinlich aus unserer Welt auch schon kennst, Expert Story Content. Jetzt kommt das zweite Format und das ist aus meiner Sicht ein relativ cooles Format, weil es recht einfach zu viel Vertrauen sorgt und am Ende auch relativ einfach erstellt sein kann. Das bedeutet, mit dem Quick-Tipp-Format gibst du unserer Zielgruppe oder gibst du deiner Zielgruppe erste kleine neue Tipps, ganz, ganz wichtig, die sie direkt umsetzen können. Wichtig ist, dass diese Tipps wirklich neu sind. Wenn du sagst, keine Ahnung, geh früh schlafen, ja, dann sagen alle Leute, habe ich schon tausendmal gehört, wenn man irgendwie fit sein will oder was weiß ich, wenn du sagst, du willst, du hilfst Leuten irgendwie abzunehmen, das ist jetzt kein Wirtschaftsbeispiel und sagst den Leuten, sie sollen ins Fitnessstudio gehen, na, da lockst du halt niemanden mit hervor. Das Coole daran ist, dass ich coole Beispiele von AC gefunden habe, die wirklich dieses Format perfektioniert hat und das Coole daran ist, dass dieses Format auch ohne Bild funktioniert. Also du siehst hier relativ viel Interaktion und sie hat am Ende wirklich hier einen konkreten Tipp für, wie man einen Post erstellen kann in 15 Minuten. Ist weniger eine Story, so ein bisschen Intro zu geben, aber dann wirklich einen konkreten Tipp zu geben, wie kann ich diesen Post in 15 Minuten erstellen. Hab da auch ein paar weitere Sachen sozusagen hier mit reingepackt, die man sich angucken kann, weil AC wirklich da extrem gut drin ist, diese Quick-Tipps rauszugeben. Und hier sieht man es, perfektes Beispiel ohne Bild und auch da funktioniert dieser Tipp. Das bedeutet, was du dich wirklich fragen kannst und wirklich sagen kannst und das ist das Coole an diesen Formaten auch, dass du zum Beispiel sagst, jeden Montag gebe ich einen Quick-Tipp für meine Zielgruppe raus. Und das bedeutet, du musst dann nicht jeden Montag überlegen, was könnte ich heute posten, sondern jedes Mal überlegen, welchen kleinen Tipp könnte ich meiner Zielgruppe heute geben, den sie auch bestenfalls direkt umsetzen können. Da muss man am Ende wirklich überlegen, wie kann man solche kleinen Tipps seiner Zielgruppe geben. Manche Menschen haben ja sehr große Themen, aber auch da sind es manchmal wirklich kleine Sachen, die man ändern kann, die man anpassen kann, die deiner Zielgruppe schon helfen. Nächstes Format, was aus meiner Sicht extrem spannend ist, was ich auch im nächsten Jahr deutlich ausbauen will, sind Infografiken, Statistiken und auch Framework. Das bedeutet, die perfekte Grundlage für einen fachlichen Post für deine Zielgruppe kann eine spannende Infografik sein oder Statistik sein. Dabei ist der Fokus auf dem Bild und der Erkenntnis daraus. Eine einfache Möglichkeit, um guten fachlichen Content zu erstellen. Wichtig, auch da muss die Grafik neu sein. Wenn es wirklich etwas ist, was die Leute schon tausendmal gesehen haben, schwierig. Hier ein schönes Beispiel. Wir haben irgendwann diese Grenze von zwei Millionen Ansichten geknackt und das war natürlich ein perfektes Beispiel, einfach den Screenshot zu nehmen und dazu die Story sozusagen zu erzählen. Und auch das hat super gut in dem Fall funktioniert. Ich habe dir ein paar weitere Sachen eingebaut, die man sozusagen hier reinpacken könnte. Ein schönes Beispiel ist da Daniel, die wirklich auch einen guten Prozess haben, diese Infografiken zu bauen. In dem Fall zum Beispiel die Kosten für dein In-House-Marketing-Team. Ein perfekter Aufhänger, um dazu einen Post zu machen, kommt komplett ohne persönliches Bild aus. Und gerade als Agentur ist das eine coole Möglichkeit, aber auch als Beratungsunternehmen, solche Infografiken zu machen. Genau. Ich habe weitere Sachen sozusagen gemacht, was zum Beispiel Tim ganz cool macht, ist wirklich auch solche. Und das sind für mich so Infografiken, sich zu schnappen und die sehen vielleicht am Ende ein Stück weit banal aus. Aber auch die wecken Neugierde, sieht man nicht jeden Tag im Feed und kann was draus machen. Und ich glaube, Tim hat wirklich da so eine kleine Bibliothek zusammengestellt an solchen Bildern. Und du siehst, die funktionieren jedes Mal. Also auch die Dimension kann man sich wirklich schnappen und darüber relativ gut ein fachliches Format sich überlegen. Das bedeutet, du kannst sagen, jeden Dienstag bringe ich eine Statistik mit, eine Infografik oder bringe zum Beispiel ein Framework mit, wie das Ganze irgendwie aussehen kann. Das ist das dritte Format. Jetzt kommt eins der aufwendigeren Formate, was sich aber aus meiner Sicht häufig lohnt, wenn man die Ressourcen dafür hat. Slideshows sind wirklich eine super Möglichkeit, um spannende fachliche Learnings auf attraktive Weise zu präsentieren und damit viel Reichweite zu bekommen. Der Zeitaufwand ist hoch, aber wenn richtig umgesetzt, dann lohnt sich der Aufwand. Wir haben wirklich alle möglichen Slideshows getestet. Auch da ist halt Slideshow nicht das Entscheidende, sondern dass man da auch was Cooles mitbringt. Was ich beobachtet habe, immer wenn wir coole Experimente gemacht haben, dann war das eine coole Möglichkeit, das am Ende in eine Slideshow zu packen. Und du siehst hier 140 Likes, über 20.000 Ansichten. Und das ist natürlich was richtig Cooles, wenn du mit einem fachlichen Thema so weit kommst. Ich habe ein paar weitere reingepackt und du siehst, wenn es so ein bisschen gängiger sozusagen ist, ist es ein bisschen unspektakulärer. Zum Beispiel sowas wie du LinkedIn für dich knackst, ist wahrscheinlich ein bisschen ungreifbar für die Leute, aber selbst das hat noch recht gut funktioniert. Was habe ich noch? Die besten Chat-GBT-Befehle, was ich zum Beispiel gemacht habe, ist wirklich immer aus meinen YouTube-Videos einfach diese Slideshows zu machen. Und auch da siehst du, das hat fast 100 Likes bekommen, fast 10.000 Ansichten. Man kann das intern abbilden. Ich kann hier aber nur sagen, wende dich an einen Profi. An dieser Stelle ein ganz großes Kompliment an Shamsi, der einen unglaublichen Job bei diesem Thema Slideshows macht. Und ich würde auch sagen, lieber einen Euro in die Hand nehmen und einen Profi das machen lassen, als irgendwie selber was zu basteln, was dann gruselig aussieht. Also das muss auch am Ende einfach gut aussehen, weil es am Ende wieder eine Arbeitsprobe von dir ist. Und wenn die nicht professionell ist und du da irgendwas selbst zusammengebastelt hast, was nicht professionell aussieht, melde dich lieber bei Shamsi, grüß ihn lieb von mir und lass dir lieber mal so ein Set von, keine Ahnung, 15 oder 15 Slideshows von ihm basteln. Und du wirst merken, was das für einen Quantensprung am Ende ausmachen kann. Und du siehst wirklich auch zum Beispiel, das war die einfachste Formel für mich aus YouTube-Videos, einfach was zu machen. Aber auch da ist wirklich ziemlich viel Power drin, weil die Leute das ganze Ding einfach konsumieren. Aber wie gesagt, da gibt es viele weitere Formate, die man vorher erstmal machen kann. Aber Slideshow kann wirklich, wenn du so einmal pro Woche oder alle zwei Wochen so ein Highlight haben willst, unbedingt machen. Nächstes Format hinsichtlich Conversion. Das Thema ist natürlich, wie kriegst du Leute rausgelockt, dass sie sich wirklich bei dir melden und auch einen Termin buchen, eine Anfrage stellen. Und die Frage, die ich immer stelle ist, wie soll jemand bei dir eine Anfrage stellen, wenn er nicht mal weiß, was du genau tust. Und aus diesem Grund lohnt sich genau dieses Format. Es wird zwar nicht viel Reichweite und Interaktion bekommen, aber es ist perfekt, um Anfragen zu halten, weil die Leute das erste Mal verstehen, was du eigentlich tust. Und das ist sowieso ein Prozess, den du einbauen solltest unternehmerisch, dass du deine Kunden interviewst. Dass du auch deine besten Kunden interviewst, die coole Ergebnisse erzielt haben. Ich habe dir mal ein paar Beispiele hier reingepackt, dass man wirklich nicht das Gesamtinterview posten muss, sondern dass man auch hier einfach einen kleinen Snippet reinpackt. In dem Fall zum Beispiel ein Interview von 1 Minute 20, also den besten Schnipsel und fertig. Und das aber ein cooles fachliches Format ist, um seine Expertise zu zeigen und die Leute ein Stück weit greifen können, was man eigentlich tut. Und ihr seht hier, hier ist nicht wahnsinnig viel los, aber zeigt natürlich diese Erfolge, die ihr auch in der Zusammenarbeit erzielt. Und dann könnt ihr immer noch, zum Beispiel in den Kommentaren, kannst du dann immer noch auf das komplette Interview verweisen. Aber wenn du das heute noch nicht tust, dann brauchst du dich auch nicht wundern, warum sich Leute nicht bei dir melden, weil sie einfach nicht wissen, was du ganz genau tust. Beziehungsweise welche Ergebnisse sie auch erwarten können. Jetzt kommt ein cooles Format und zwar wirklich Conversion Content habe ich dieses Format getauft. Denn mit diesem Format versuchen wir jetzt unsere Reichweite in Leads zu verwandeln. Und dies kann bedeuten, Teilnehmer für ein Webinar zu gewinnen. Das ist wirklich so das, was wir ganz viel machen, dass wir die Leute in unser Webinar holen oder in unseren Vortrag holen. Oder natürlich den Download von einem Lead Magnet. Und da muss man natürlich auch gut darin sein, einen guten LinkedIn Lead Magnet zu entwickeln, weil es nochmal ein anderes Spiel ist, als auf anderen Plattformen. Aber das ist, da ist verdammt viel Power dahinter. Also Daniel Bitmon haben mir dabei geholfen, über 500 Leads alleine über seine Posts einzusammeln. Also ohne Werbeanzeigen. Und das genau nach dieser Formel. Und man könnte jetzt drauf gucken und sagen, hey, das ist irgendwie leicht erstellt, das Ganze. Da ist verdammt viel Gehirnschmalz gemeinsam reingeflossen, wie wir diesen Post spielen. Aber du siehst hier 516 Kommentare. Ich würde behaupten, er hat viele davon beantwortet. Aber da 250 Leute, die wirklich gesagt haben, dass sie an diesem Lead Magnet Interesse haben. Und wenn man das mal umrechtet, auch in Werbeanzeigen. Wenn du 10 Euro pro Opt-in bezahlst für einen Lead Magnet, ist das schon ganz gut. Dann hast du da einfach gerade 2500 Euro gespart. Und das macht natürlich extrem viel Spaß, wenn man weiß, wie das Ganze funktioniert. Ich habe da ein paar weitere Sachen hier reingepackt. Genau, wir haben das gleiche mit unserer LinkedIn-Algorithmus-Checklist gemacht. Dort haben wir, glaube ich, in zwei Monaten über 1000 Leute eingesammelt. Seitdem hatten wir auch so viele Anfragen wie noch nie. Weil wenn man das richtig anstellt, kann man damit richtig viel Spaß haben. Und du siehst, das Ding hat nicht nur viel Reichweite bekommen, sondern alle wollten auch die Algorithmus-Checkliste haben. Also dieses Format musst du auf jeden Fall im nächsten Jahr spielen. Dann Format, mit wem wir so ein bisschen rumgespielt haben und ich im nächsten Jahr auch unbedingt mehr davon machen will. Und zwar geben wir hier Kunden in Form einer Liste Tipps, Tools oder Learnings mit. Und dieses Format lässt sich schnell runterschreiben und kann ziemlich viel Reichweite bekommen. Menschen lieben einfach Listen. Und ich hatte diesen Moment wirklich bei diesem Post hier, wo viel Gehirnschmalz reingeflossen ist. Also man muss wirklich sagen, das sind so gefühlt meine besten 5 Produktivitäts-Hacks der letzten 5 Jahre. Aber dass das Ding trotzdem über 12.000 Ansichten bekommt, war halt ganz spannend. Liegt natürlich auch ein Stück weit hier an diesem Call-to-Action, muss man sagen. Aber trotzdem war es spannend zu sehen, dass diese Liste gut funktioniert. Und dann habe ich noch ein paar weitere Beispiele gefunden. Zum Beispiel hier siehst du ein anderes Beispiel, wo jemand einfach nur 7 AI-Tools zusammengestellt hat und auch das Ding ist richtig geflogen. Und das war am Ende spannend zu sehen. Und da haben wir hier noch ein paar Beispiele von David, habe ich reingepackt, der das auch regelmäßig, dieses Format macht. Und du siehst hier ganz knackige Posts mit so diesem Listen-Format und die fangen auch zu fliegen. Wir gucken mal, hier ist es das, den ich gerade aufgemacht habe. Auch hier kleine Liste. Auch das Ding ist gut abgegangen und wird gut Reichweite bekommen haben. Genau, ein Bonus habe ich noch reingepackt, weil ich da noch am Testen bin. Und zwar wollte ich natürlich auch bekannt geben, wenn wir mit neuen Kunden zum Beispiel starten. Gerade mit den Jungs und dem Team von Alexander Christiani gestartet. Und ich dachte mir so, ich müsste jetzt irgendwie 6 Monate warten, bis wir ein cooles Interview machen und über die Cases sprechen, was alles in der Zusammenarbeit erzielt ist. Und deshalb dachte ich mir, was ist denn, wenn wir so einen Kundenvorstellungspost machen und einfach mal einen Screenshot aus der Zusammenarbeit machen. Und genau das habe ich gemacht. Und auch das hat gut funktioniert. Wird natürlich nicht viel Reichweite bekommen. Aber die Leute kriegen natürlich alle mit, mit wem man zusammenarbeitet. Auch mit welchem Kaliber wir einfach zusammenarbeiten. Und es ist eine coole Möglichkeit, einfach auch die Zusammenarbeit cool zu starten. Gleiches Spiel mit Armin, mit dem wir gestartet sind. Gleiches Spiel habe ich mir auf ein Event geschnappt, habe ein Foto gemacht und einen Post gemacht. Und daraus ist diese Idee entstanden. Das bedeutet, am Ende wird entscheidend sein, dass du wirklich einen Mix aus diesen fachlichen Posts für dich findest. Ich glaube, das Coole ist, dass es nicht mehr so persönliche Bilder lastig sein wird. Aber das wird entscheidend sein, dass du diese Formate wirklich im nächsten Jahr meisterst. Ganz wichtig, wenn du dir das Dokument noch komplett kostenfrei sichern willst, dann kommentiere kurz Expert-Formate in die YouTube-Kommentare und ich schicke dir den Link zu. Meine Empfehlung, probiere diese ganzen Formate in den nächsten Wochen am besten aus und versuche mal deine zwei bis drei Lieblingsformate so schnell wie möglich zu finden. Ein schönes Beispiel dafür war David Blum, der wirklich irgendwann diese Listen für sich entdeckt hat, Woche für Woche dieses Format getestet hat und ganz schnell viel Reichweite alleine darüber aufgebaut hat. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen, wenn du diese Reichweite auf LinkedIn dann auch so schnell wie möglich in Termine und Anfragen verwandeln willst, dann sieh dir unbedingt dieses Video an, wo ich dir ganz genau zeige, wie du wirklich Woche für Woche vier bis zwölf Termine sympathisch über LinkedIn vereinbaren kannst. Weil das ist der nächste Baustein, den du knacken musst und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns direkt in diesem Video. Bis gleich.